Ich bin so dämlich. Yoshi kann auch schon nicht mehr zusehen. Ja, das war jetzt Oberfell. Aber das muss man doch wissen, dass da was kommt. Und jetzt renn, renn, renn und jump! Das Spiel, du musstest das ja natürlich mit mir wieder mal vermieden und die Burg schon mal anzufangen, oder? Denn die Burg ist nämlich ganz, ganz interessant. Und, zumindest vom Endbox-Fight her, Karten schnipsen. Aufhören. Tut mir leid, aber ich habe keinen Nerv jetzt zur Zeit zu der Sache. Weil, äh, pfff. Das ist jetzt, äh, Abroxas Schloss. Ja, das, ähm, drittletzte Schloss, beziehungsweise das letzte große Schloss. Äh, doch, das voll, letzte, große Schloss. Das war schon gestürzt so. Äh, was soll das denn jetzt schon wieder? Oh, nein! Nein! ich glaube ich mache ein untertitel zu diesem video wieder let's failing the book ist aber super super habt ihr das noch mal ein schild von dem von ihm gesehen es war nicht mehr erkennbar aber habt ihr es gesehen komm ich nicht mehr hoch egal schade anst das ist lustig ich glaube die book ist doch gleich schon wieder zu ende oder kann das sein ich glaube die book war nicht so lange du gehst mir jetzt aber tierisch aufm knorke knorke nicht knorke sondern knorke chachot zu zu b b r Na, komm schon. Ne, das Level ist schon beinahe vorbei. Also, ich meine, hier wäre jetzt der... Ich glaube, hier war jetzt der absolute Schlusspunkt. Ich glaube, jetzt kann... Ne? Nein, dieser Bug wird niemals auf den grünen Zweig kommen. So, ja, das ist unser Bossgegner. Wer jetzt glaubt, wir würden jetzt einfach hier so kämpfen, der hat sich gehört. Blablablabla. So. Er wird größer und größer und größer. Aber so groß ist er, der kann ich... Ja. Wir kämpfen jetzt nun ganz stylisch... ...nirgendwo anders als auf... ...dem Mut. Ja, ähm... ...ja, ähm... ...pfff... Na, komm schon. Ja, man sieht, glaube ich, schon... ...wieder ein... ...Bosskampf gemacht werden muss. Er wird leicht säuerlich. Äh, komisch, aber wird er doch nicht, äh... ...stinkig. Wird er doch? So geht's auch. Pfff... Er wird natürlich jetzt richtig schön stinkig. Und das war's. Warte, ganz viel Emposkampf in einer Minute. Und jetzt. Bing. Oh, er wird zum Stern. Und wir haben... ...dank Gravitationskraft des Mondes, der übrigens sehr, sehr klein ausfällt. Immer noch... ...hals drauf und wir haben den Schlüssel. Yeah. Wie gesagt, ich bin nie auf den grünen Zweig gekommen. Ja, man sieht schon... ...wann ich's aufgehört habe, wirklich Punkte zu satteln. Und... ...damit... ...haben wir schon unseren Rundgang durch die Insel? Nein. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind nämlich durch die Berge gegangen. Und das wird größer und größer und besser... ...pfff... ...explodiert. Und da gibt's jetzt auch ne Yoshi-Fund. Juhu! Juhu! Und wir sind in der letzten Welt transportiert worden. Ja, wir sind jetzt in der letzten Welt... ...mit super genialer Musik. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Das ist ein paar Blattere Software... ...meldet das ab. ...